Maximaler Komfort In diesem Review erfahrt ihr, wie gemütlich es sich auf den Sitzsäcken Platz nehmen lässt. Das erste, das einem vermutlich bei den Sitzsäcken auffällt, ist die Lehne. Wenn ich mich an Sitzsäcke zurückerinnere, kommen mir unweigerlich die mit Styropor gefüllten Stoffsäcke in den Sinn, die sich nach kürzester Zeit durchgesessen haben oder aus so fragilem Stoff waren, dass eine Styroporkügelchenwolke beim raschen Hinsetzen immer eine Gefahr war. Das Modell Crimson Thunder, welches sich ausschließlich durch eine rote Kordel und Schriftzug von anderen Standardmodellen unterscheidet, ist aus einem sehr festen, schmutz- und wasserresistenten Stoff gefertigt, der außerdem schwer entflammbar ist, also auch für Outdoor geeignet. Die Sitzsäcke sind mit staubfreien EBPS-Perlen gefüllt, die eine gewisse Langlebigkeit garantieren sollen. Kleiner Tipp, rührt den Zipferschluss an der Unterseite ja nicht an. Ernsthaft, tut es nicht. Was PC-Spieler am Tisch stehen haben, ist für die Konsolenfraktion meistens nicht ganz so erreichbar. Snacks und Zubehör meine ich. Dafür hat der Sitzsack gleich zwei Features für euch. Zum einen wären auf der rechten Seite Fächer, die sich durch die vernähten Klettverschlüsse anpassen lassen und so von Fernbedienung über Getränkedose bis hin zur Chipspackung gefüllt werden können. Auf der anderen Seite befindet sich eine kleine Schlaufe, an der zum Beispiel ein Headset aufgehängt werden kann. Da hat jemand mitgedacht. Wie sitzt man auf diesem Ding nun eigentlich? Kurz gesagt, wie ihr wollt. Egal ob ihr herumlungern oder aufrecht sitzen wollt, die ebenfalls mit EPS-Perlen gefüllte Lehne macht alles mit und ist erstaunlich stabil dabei. Falls die Stabilität doch etwas nachlassen sollte, hilft ein kleiner Trick, den ich von anderen habe. Einfach den Sitzsack umdrehen und ein paar Mal schütteln. So rollen wieder genügend Perlen in die Lehne und es kann weitergehen. So, nun zu meinem Fazit. Top verarbeitet, super bequem und für faire 130 Euro zu haben. Preisleistungen überzeugen mich sehr, da man hier nicht nur einen temporären Sitzplatz serviert, sondern einen Begleiter für mehrere Jahre sein Eigen nennen darf. Der reißfestes, schmutz- sowie wasserabweisende Stoff ist außerdem noch schwer entflammbar und für draußen und drinnen bestens geeignet. Neben der Verarbeitung, die für einen Sitzsack erstaunlich hoch ist, möchte ich auch noch die anpassbaren Fächer an der Seite loben. So hat man beim Zocken immer das Wichtigste bei der Hand und muss nicht extra aufstehen oder das Zeugs am Boden herumliegen lassen. Außerdem muss man bei dem Sitzsack nie die Sorge haben, dass dieser in einer Styroporkügelchen-Explosion endet, wenn man sich mal zu schnell hinsetzt. Für mich ist der Sitzsack von GameWares definitiv eine Kaufempfehlung für alle Consoleros und die, die es noch werden wollen. Das war's von diesem Review zu den Sitzsacken von GameWares. Ich würde mich wie immer sehr freuen, wenn ihr mir eure Gedanken und euer Feedback in den Kommentaren da lasst. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.